Das ist meine Axelottel-Höhle. Nach nur 40 Stunden Spielzeit habe ich dieses Meisterwerk erschaffen. Hierin befinden sich neben Korallen und Seetank auch eine moorsige Grotte, ein tropischer Strand und eine Tropfsteinhöhle und sogar ein gechillter Außenbereich. Und daher würde ich sagen, es ist Zeit, unsere Axelottels freizulassen. Und so sieht das Ganze aus, wenn die Axelottels hier rumschwimmen. Und wir haben sogar Babys!